Deshalb willst du jetzt gleich vor Freude-Tanz-Party auf den Leser machen, oder was? Klar, machen wir. In Corona-Zeiten ist zwar eigentlich verboten, aber es ist egal. Ja! Oh mein Gott. Es wird lustig. Ja, viel Spaß. Ich kann mich entschienen, dass wir hier nie gewonnen haben. Wenn die gewinnen werden. Du dich auch. Der Lukas, der fand das immer schön. Verständnis. Er ist halt auch nicht so ein Nichtskönner wie wir. Bin ich da echt killvoll? Ich trug. Ey, was hast denn du gemacht? Ich bin gesterbt. Ich nehme ja nicht deine komische Kanone, ich bin ja hier Skiller. Da bin ich abgestürzt. Skiller. Guck, so habe ich das gemacht. So, dann bin ich halt vorne abgestürzt. Weil das so gut war für das Spiel. Aber jetzt habe ich ja meinen Punkt. Ich habe schon alles gleich gemacht. Alles gut. Ich wollte dich ja nicht fulgen lassen. Ja klar. So. Jetzt machen wir ja hier ein Ding-Dong-Ding hin. Mach ich aber so rum. Dann schleudere dich das Ding-Dong-Ding vielleicht noch ins Ziel, wenn du Glück hast. Hilfe. Aber das Ding-Dong-Ding hat noch keine Probleme gemacht. Hu 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 hu. Ja. Und da hat dieses Scheiß voll voll Probleme gemacht. Das hast du gemacht. Ich habe das Ding-Dong-Ding gebaut. Ich baue das nächste Ding-Dong-Ding. Und zwar baue ich das Ding-Dong-Ding jetzt. Ich mache das mal so. Theoretisch gesehen, wenn du jetzt stirbst, dass du vielleicht sogar... Ja, genau so stirbst. Hast du vielleicht sogar Glück, dass dich das Ding wieder hochschleudert und dann ins Ziel schleudert. Hm. Aber... Da müsste er als stillvoll sterben und nicht involvieren, ne? Hm. Hey, ich wollte drehen und nicht setzen. Betrug. Hm. 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 Hi, ich bin halt. Ein Unterhund. Ein sehr großer Unterhund, hm? Oh. Ich will ja gewinnen. Von daher musst du ein großer Unterhund sein. Hm. 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 Ja, ich spring natürlich genau in dem Moment auf diese komische Säge, wenn die Säge an der Stelle ist. Das Spiel nimmt gut, ne? Dann muss die Säge wegmachen. Ne. Niemals. Das würden sie auch nie tun, ne? Du wirst schon. Jetzt, Paul, du wirst schon, dass du eigentlich Punkte brauchst, ne? Ja. Oder mal, das war ich sogar gar nicht unschaffbar. Ja. Warum schießt's mich jedes Mal genau gegen dein Ding-Dong-Ding? Hahahaha. 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 Häm. Wenn ich lebend nicht ins Ziel gekommen wäre, hättet euch gereicht, dass ich dich ding-dong-ding eliminiert, dass ich gewonnen hätte, dass ich gerade geschehen hätte. Hm. Schnell wegmachen, dein Ding-Dong-Ding. Hahahaha. Häm. Ich hab unten noch ins Mitte des Ding-Dong-Ding. Häm. Häm. Beim nur einen tollen Platz rρεun! Hier ist es unten, das ist aber jetzt gerade nicht mein Problem. Scheiße, ich mein decke hier auch nicht. Nein, ich bin gestert. Och. Häm. Zum Glück bist du gestern. Häm. Noch 3 Runden. Runden. Drei Runden. Drei Runden, sie sind es jetzt noch. ich bin gestorben ich seh grad nicht mann die runde die karte ist toll wie soll man denn das machen wenn man nichts sieht scheißhacker wer ist ja doch gut so jetzt ist definitiv nicht unschaffbar wirklich nicht unschaffbar du musst es so machen und dann so machen und dann so und dann so ich dachte eher so wie ich es gemacht habe so wie ich es grad gezeigt habe so müsst ihr das machen ungefähr du bist das ultimative affe schräg schräg wusstest doch dass du ein das bist Bis zum nächsten Mal.